Hallo liebe 690-Fans, hier ist der Maxi und ich freue mich auf die weitere Saison mit euch. Der Mittagsschlaf. Eine Schwäche für meine Playstation. Ich habe noch keinen Führerschein. Wahrscheinlich irgendetwas, was mit Sport zu tun hat. Ich freue mich eigentlich auf jede. Jetzt am Wochenende auf St. Pauli, da bin ich richtig heiß drauf.